So, da sind wir schon bei der nächsten Aufgabe. Wir machen jetzt, lege 100 Meter zurück, während du tanzt. Dazu gebe ich euch schon mal direkt einen Tipp. Geht in eurem Spind, geht auf die Emotes selber und alle, wo hier so ein Pfeil unten rechts ist, da bewegen die sich halt vorwärts. Also man kann sich bewegen bei dem Emote-Ausführung. So, das Ganze machen wir in Gruppenkeile, weil ich gucke noch, ob ich eventuell sogar die Boogie-Bombe noch irgendwie mit reinkriege. Gucken, ob wir die vielleicht zusammen machen können, die Aufgabe. Da ich zwei Aufgaben in eine mache. Aber ich verspreche nichts, ich gucke halt einfach, wenn ja, dann ja, wenn nein, dann nein. Aber die 100 Meter, wie gesagt, die kann man schon zurücklegen im Ladebildschirm gleich. So, für die neuen Hasen unter euch, ihr wisst es noch nicht, Ladebildschirmzeit ist Like-Zeit, Kommentier-Zeit. Wenn du noch kein Abonnent bist, hau jetzt den 110. Abonnenten raus und die 11. Zahl steht konstant da unten. Und dann werde ich die 12. Zahl dann im nächsten Video eventuell schon im Video sagen. Aber die 11. Zahl werde ich hier in diesem Video definitiv einmal sagen. Nämlich einfach mit Code blablabla. So. Und dann haben wir das. Bäm, 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 bäm. So. Das war das übliche. Bäm, 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 bäm. So, wo gehen die denn runter? Ich würde eigentlich schon gerne wissen, wo die Zone ist. Aber wenn ich hier alleine, ja, wenn ich hier alleine abspringe, habe ich auch mehr Loot. Aber ist schon krass, jetzt 109 Abonnenten. Also ich hätte, ich hätte es echt nicht gedacht. Und wie gesagt, über Kommentare freue ich mich echt. Und so kann man auch gerne mal ein bisschen unter sich unterhalten. Und ich bin auch nicht irgendwie so abgehoben, auch wenn ich ein bisschen älter bin als ihr. Macht mir halt einfach Spaß, euch zu helfen. So, keine Boogie-Bomb. Achso, wir wollen ja den Tanzmannsch jetzt fast vergessen. Ihr seht, es ist ein ganz simpel. Aber damit will Fortnite natürlich erreichen, dass ihr euch Emotes kauft, wo man tanzen kann. Aber so sieht es natürlich schon geil aus. So, die Hälfte haben wir jetzt gleich. Das ist schon geil. So, vielleicht haben wir es bis zur Kiste geschafft. Ne, müssen wir noch eine kleine Runde gehen. Und jetzt aber. So, ganz entspannt. So, bitte Boogie-Bombe. Nein. Ne Pampfe jetzt nicht schlecht. So. So. Oh, ich wusste gar nicht, dass hier eine Hunde-Hütte ist. Nein, ich brauche eine Boogie-Bombe. Ne, das ist so. Ich hole lieber was mit. Das andere macht zwar mehr Schaden, aber ich hole lieber die mit. So, Pamp ist auch am Start. Ich habe keine Angst, ich sortiere noch. Boogie-Bomb. Das war nicht so klar. Das habe ich schon gesagt, wir probieren es mit reinzunehmen. Hätte ich mir nämlich schon fast gehen. Dacht habe, dass ich das nicht schaffe. Ich habe den Gegner gehört, aber... ...er hat keine Lust runter zu kommen. Boogie-Bombe. Hallo. So, die Zone müsste eigentlich auch gleich kommen. Der Gegner müsste eigentlich auch sein, weil es hat kurz geleckt. Aha. Besser wären vier. In die andere Kiste ist es... Hä? Ich will Boogie-Bomben. Da oben ist noch eine Kiste. Ja, das war es wieder komplett. Bauskills sind da. Mann, ist das ja wieder so schwer, Boogie-Bomben zu bekommen. Das ist ja immer so. Dann braucht man was, findet man nichts. Sonst kann ich nicht sagen, dass hier nur zwei Boogie-Bomben sind quasi, beziehungsweise eine. Na, der Gegner ist hier irgendwo gelandet. Wieder keine. Na, die Zone ist auch gleich da. Gucken wir mal trotzdem, wenn wir gerade da hinten. Oh, nicht so hoch, nicht so hoch. Da ist ein Trampo. Oh, keine Boogie-Bombe. Komm, geh runter. Jetzt fände ich hier keine Boogie-Bomben, ey. Das ist doch wieder... ...zum brechen. Ist auch nichts hier, ist auch nichts. Na, zwei Stück sind fair. Einfach zu wenig. Ich sag ja, ich will die Aufgabe eigentlich immer mit euch fertig haben. Gucken, ob hier noch was ist. Ah, Lagerfeuer. Ah, hier war der Gegner schon. Oh Gott, die Munition schon voll. Hat schon ewig mehr mehr. Hier ist noch eine Kiste. Bitte, bitte, bitte. Gefühlt 100 Kisten aufgemacht. Weißt du, tausend Munition? Ach, ich weiß nicht, ich kann doch hier hoch. Die Frage ist, wo könnte denn jetzt noch Loot sein? Das ist nämlich immer das Problem, wenn du dann erst in die Zone kommst. Vor allem mit der Boogie-Bomb muss ich jetzt einen finden, der safe ist. Ja, hier wurde schon alles gelootet. Hallo, nicht schlägen. Ach man, das ist doch zum Kotzen. So, das war Nummer 1. Scheiße, warum schieße ich auch nicht mit der MP, ich Idiot. So, jetzt muss ich nur einmal einen finden. Was soll ich denn hin? Was soll denn hin? Tanzt er? Nein! Das meint ich. Man! Jetzt kann ich hier aufs Kampf gucken, wo noch eine ist, ey. Die Lacks des Todes, ey. Ich versteh das nicht. War da noch irgendwas? Oh, da war eine Menge Loot. Ah, ja. Er hat die Gruppe verlassen. Ich weiß gar nicht, dass er drin war. Immer diese Nachjoiner. Ah, hier ist safe noch eine Kiste. Hä? Ach, ne gerade. Bitte, bitte, bitte. Oh, jeder Scheiß. Nee, das wird drauf. Der Aim ist on point, ey. Da, definitiv. Die Kiste ist auch offen. Wo kann ich denn jetzt noch ein Loot herkriegen? Ich weiß gar nicht, ob die im Loot drauf drin sind. Aber ich probier's einfach mal. Was liegt hier? Ne, das ist bord. Ich würd's halt echt gerne schaffen. Na, mit dem Tanzen habt ihr safe verstanden, nehm ich mal an. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich hab' das. Ich hab' das. Ich hab' das. Ist immer blöd, wenn man was sucht, ey. Okay. Na toll, hier ist schon mal nix mehr. Die Kiste ist auch offen. Da liegt auch nix. Toll. Der bescheuerte Ohr zum Landen. Ihr seid live dabei. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob die im Loot drauf drin sind. Da ist auch nix. Hier ist auch ne Kiste. Vielleicht haben wir Glück. Natürlich nicht. Hab' auch nix anderes erwartet. Aber ihr habt's übrigens schon mal einmal gesehen. Ich hab's probiert. Aber gegen drei Mann muss... Ne. Da bin ich raus. Einfach nur irgendwas hingebaut. Nächste Loot drauf. Ne. Gibt noch keine. Ah, vor allem. Warum bleibt das? Ne. Lobby, ey. Hier wurde auch alles weggelootet. Ach, ne. Da unten ist neiner. Komm. Save. Save. Eins, zwei, drei. Hexerei. Nein. Voll der Spring-Bug. Ja, mach mal Auge. Einfach nur eine Boogie-Bombe bitte. Ach, ich kann selber auch nicht rausschießen. Guck mal, Danileks grad muss ich angreifen. Wollen die mich verarschen? Wollen, das kann doch nicht sein, ey. Ach, ja, er holt oder ist denn alle gut schon? Ja, holt er nicht. Ach, aber du. Ach, man. Das fuckt ein bisschen ab. Ach, aber du. Ach, aber du. Auge, ich verstehe. Oh niks. Mann, nein. er macht auch die aufgabe wo war er? wo hat er sich versteckt? AIM gleich Null Gott, ich geh mich beerdigen weg mich abbesen der Fail des Jahrtausends er ist der perfekte Headshot und dann hätte da unten jetzt einige liegen wäre ich ausgerast so, wie gesagt, ich hoffe ich konnte euch helfen mit den 100 Metern während du tanzt wie gesagt, achtet darauf, dass ihr es vorher gespinnt habt und dann euch in die Schnellwalltaste tut kann ich hier nichts mehr wählen nein, darf ich nicht mehr so, was haben wir bekommen? 1000? nein so, in dem Sinne würde ich sagen wie gesagt, Like nicht vergessen, Kommentare nicht vergessen die Zahl, die nächste ist die 4 Code 4 ich muss mich angewöhnen das immer zu sagen ich glaube im letzten Video habe ich es sogar vergessen und wenn du nicht abonniert hast jetzt ist die Chance in dem Sinne, haut rein und bis zur nächsten Aufgabe